Musik Willkommen bei uns in der Schweiz-Reihe Hinen Vor fünf Jahren hatte ich das Glück, den Kundenstamm übernehmen zu können von meinem ehemaligen Arbeitgeber. Ich konnte alleine voll durchstarten und merkte bald, dass ich mehrere Mitarbeiter brauche. Mittlerweile beschäftige ich vier Mitarbeiter. Unser Tätigkeitsbereich ist Laserschweissen, konventionelles Schweissen, Hartlöten und Flammspritzen. Unsere Kunden kommen aus dem Nachzugbau, Formenbau, aus der Sensortechnik, aus der Medizinaltechnik. Wir schweissen Kleinserien bis grössere Serien, sowie eigentlich Reparaturen, wo schnell erledigt werden müssen. Unsere Stärken sind die Geschwindigkeit und die Genauigkeit. Ich sage immer, wir sind gut und schnell und nicht schnell und gut. Ich habe begonnen mit zwei Laser-Arbeitsplätzen. Mittlerweile haben wir vier Stück. Wir haben einen konventionellen Schweissbereich mit einer TIC-Anlage, sowie Acetylen-Brenner für Flammspritzung und Hartlöten. Vor 14 Jahren, als ich angefangen habe, Laser zu schweissen, habe ich auf einer Laser-Anlage gelernt von der Firma Askia. In meiner Laufbahn bis heute durfte ich die ganze Evolution von diesen Anlagen miterleben. Und mittlerweile kommen die Anlagen von der Firma Askia aus Laufen am Lekka. Früh durfte ich erkennen, dass diese Anlagen sehr flexibel sind, vielseitig einsetzbar, schnell umrichtbar, von kleinen Teilen bis zu grossen, komplexen Teilen. Die Wiederholbarkeit dieser Anlagen ist auch einfach zu realisieren. Und die Programmierung ist so, dass das jeder erlernen kann. Mit diesen Anlagen kann man manuell schweissen, sowie im Teaching-System, sowohl auch dann automatisiert mit NZEG-Programmen. Und das macht die Maschine aus, dass sie so universell einsetzbar ist. Bei uns können wir Werkstücke bearbeiten, von ganz klein bis zweieinhalb Tonnen. Und das ergibt sich durch unseren Stapler, weil der einfach nicht mehr heben kann. Sonst könnte man noch schwerere Teile reparieren. Zwei Anlagen von uns sind ausgestattet mit Blitzlampenlaser. Und zwei Anlagen sind ausgestattet mit einem Faserlaser von der Firma Auxos. Der Vorteil bei einem Faserlaser ist, dass man auch mehr konzentrierte Energie nutzen kann. Und somit auch bis 1,2 mm Drähte bockschweissen kann. Aber eben auch die andere Seite, Drähte von 0,2 bis 0,1 mm sauber verschweissen kann. Die Schweisserei HINEN ist Partner von der ASKEA-Gruppe. Wir arbeiten eng zusammen, auch im Bereich der Weiterentwicklung. Falls Kunden bei uns Anlagen testen, anschauen möchten, kann man das ohne Probleme tun.